Hallihallo meine lieben und herzlich willkommen zurück zu Greedfall. Wir haben erst mal Punkte zu vergeben. Drei Stück. Achimistischen Präparaten auf Waffen, was das nächste trifft als Effekt. Ich denke, hier bin ich noch ganz gut. Und zwei Handklingen Waffen? Naja, schwere Einhand Waffen. Was ist das denn hier? Schatten Explosion. Ach, das habe ich sogar schon. Da brauchen wir nur einen Punkt für. Und dann geben wir am besten noch einen dafür. Upsala. So, Attribute. Dafür können wir auch einen nehmen. Genauigkeit. Ich habe jetzt zwei auf Ausdauer, ein auf Kraft, ein auf Beweglichkeit, zwei auf Mentale, Willenskraft, Genauigkeit. Ich nehme mal einen für Willenskraft. Ich mache einen auf Beweglichkeit. Talente habe ich jetzt nichts. Gut. Ach, Quatsch. So, das Geheimnis des Prinzen. Das ist jetzt erstmal wieder nebensächlich. Ich komme in den Fußstapfen des Professors. Holzfällerei können wir nicht machen, weil wir dafür rein müssten. Nach Konstantin. Champion der Arena interessiert mich nicht wirklich. Fortschrift der Haupt. Okay, wir haben hier alles fertig. Ja, Missionen interessieren mich nicht. Ja. Dann spreche ich mit deren Hauptling über die Tiernav-Karaches. Von Angesichtshiner zeigte ich dem von Daedric schon. Heilung für den Malikor. Dann machen wir als erstes das. Äh, nein. Wo müssen wir denn her? Da raus. Dann gehen wir jetzt weiter zu den anderen beiden Hauptquesten. Gucken wir mal, ob wir da irgendwie was für machen können. Erstmal tun wir unsere Gefährten. Obwohl, wir können natürlich reisen direkt. So. Ne, da bin ich direkt im Lager. Ich will erstmal die Gefährten versammeln. Einmal hier. Mit Ciora reden. Karantz. Do you need something? Nein. I must leave you. See you later. Da ist nichts Neues. Dasade, I'm happy to see you. Can I do anything for you? Nachfragen bezüglich ihrer Heimatstadt, die Ankunft der Insel, was sie in Duncans gelernt hat. Ich weiß nicht, ob wir das schon hatten, ob wir mit ihr überhaupt schon gesprochen haben. Deswegen lasse ich es noch einmal durchlaufen. Ich habe das Gefühl, dass du nicht so viele Dinge gelernt hast, wie du möchtest, indem du Dungas' Klan besucht hast. Das stimmt. Ich hoffe, dass ich herausfinden die physische oder alchemische Mechanismen hinter dem Metamorphosis. Aber insofern... Ich weiß nicht. Ich glaube, dass ich jetzt verstehe den Bonds, die ihre Menschen mit diesem Land verbinden. Die links, die sie verbinden, und die Macht der Kultur. Es ist nicht erwartiert. Ich wundere, ob das nicht sein könnte für ein anderes Thema für Studie sein. Der Studie der Menschen, ihre Verhältnisse und ihre Verhältnisse. Wenn ich das gesagt habe in Al-Sahd, die Leute denken, dass ich verrückt habe. Aber hier, alles ist möglich, nicht? Learning über die Natives würde uns zu stoppen, dass sie Angst haben. Und zu sehen sie wie fellow Humans, als letztendlich. Wann hast du auf dem Island gekommen? Ein bisschen mehr als zwei Jahre. Mein Master, Dr. Rassili, sagte ich, dass ich ihn nach Tierfrädi folgen würde. Er brauchte Hilfe, dass alle die Ungewöhnliche Pläne und Wälde genommen haben. Wie kann ich so eine solche Offen geben? Es ist so viel zu finden hier. Du vermisst das Kontinent? Ihre Stadt? Ihre Familie, vielleicht? Nein. Wenn ich auf dieser Island gekommen bin, ich sofort wusste, dass es wo ich war. Woher kommst du von, Afra? Von Elima, neben Al-Sahd. Es ist nur eine kleine Stadt, aber es ist eine besonders genannte Observatrie dort. Meine Eltern wollten mich als Astronomer sein, aber ich wählte die Erde über die Welt. Ich war immer mehr über das Leben, eher über die entfernte Sterne. Die Wälder und Wälder faszinierten mich als Kind. Für diesen Grund, habe ich Elima ziemlich früh in der Kapital studiert. Und ich habe selten zurück. Okay, mehr haben wir hier nicht. Dann fragen wir Petrus. Hier ist auch nichts Neues. Kurt. Green blood, mein Freund. Do you need something? Befragen, züge dich, dann haben wir auch nichts Neues. I must leave you. Und Basco. Glad to see you, my friend. Can I do anything for you? I must leave you. Okay. Ähm, ja. Dann... Kann ich jetzt meine Gruppe eigentlich zusammenstellen wieder, ne? Wen nehme ich denn? Ich... Ich habe ja gerne Siora dabei. Hm. Aber die hatte ich ja jetzt schon die ganze Zeit. Und Siora sagt ja auch nicht immer viel, ne? Ähm. Nehmen wir jetzt Basco und Kurt wieder mit. So. Reisen. Und dann reisen wir mal. Und ich kann auch nicht weiter. Jetzt kann ich weiter. So. Wir müssen nach unten. Da kommen wir nicht runter. Jetzt fängt meine Heizung natürlich wieder an zu knacken, weil ich, äh, wie vorhin schon erwähnt, meine Heizung jetzt ausgemacht habe im Büro. Ähm. Ne, die sind noch tot. Also es respawnt hier also nicht alles wieder zurück. Oh. Wir werden angekündet irgendwas. Und jetzt geht's! 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 Okay. Gut, dass Ciora das jetzt nicht gesehen hat. Kann ich hier eigentlich auch ungesehen reingehen? Vielleicht. Nein! You spilled the blood of my own brothers and sisters. We seek a cure for my people. That is the reason I liberated the Sages and the reason I am here. I am fully committed to finding this cure, even if violence must be employed. Well, don't hold back for my sake. Oh, a bit of poison on my blade. Then let's go! Come, Renai. Let's see if you can get paid for what your brothers have done. Enough. You were defeated, but I am not here to take your lives. Where is the Mistress of Wisdom? I will keep the secret for myself. Neither the Bridge Alliance nor anyone else will learn it from me. I hope you speak with truth. You will find that Yernahakadachtas in the village of Vigshardir, to the northeast of this camp. Now leave us. And do not betray your word. Klar, gerne. Aber sie wollten es ja auch erst nicht anders, ne? Ja. Muss ich mal gucken, wie ich jetzt hier wieder wegkomme. Ähm... Ich will ja jetzt nicht noch weiter durchs Dorf gehen, weil dann würde ich ja auch mehr Leute wieder töten, ne? Das möchte ich eigentlich nicht. Jetzt weiß ich auch wieder, wo wir sind. Okay, die Respawn will doch. Okay. What the fuck? Okay. Ich drücke die ganze Zeit, dass er auf jeden Fall, dass sie blocken soll und sie macht es einfach irgendwie immer zu spät. Das mit dem Blocken, das kriege ich einfach ins Spiel nicht hin. Ich bin definitiv zu dämlich dafür. Toll. Hätte ich gar nicht hochklettern brauchen. Wir müssen hier hin. In sieben Stunden sind wir da. Gut, dass wir sie auch nicht dabei hatten. Sie hätte sonst wieder mit uns gemeckert. Aber die beiden hier sind effektiver. So, wir sollen hier so eine Heilerin finden. Ich habe das Gefühl, hier wird gleich irgendwas wieder auf uns zukommen. Ich traue dem Wald nicht. Habe ich mich jetzt erschrocken. Da ist ein Lagerfeuer. Ich dachte gerade, da wird ein Vieh stehen. Da ist Licht. Ach, wir sind in einem Dorf. Hallo. Finde die Tiana Haq Kadachis. Sprechen wir doch einfach mal mit denen. G'day. I'm looking... What are you doing here? You are in a hidden village. A sacred village. The Reneiksia have no place here. I seek audience with the Mistress of Wisdom. The Tiana Haq Kadachis. Do you know where I can find her? The Tiana is in her home. She goes. She comes as her heart desires. Only her vogue Lendai must know. And if I knew where she was, it's not me who is going to tell her. Reneiksia. Go away. Leave me alone now. I have much to do. The great hunt is coming. Nach der großen Jagdfragen. Nach der großen Jagdfragen. Each year, one of our own, our best hunter, dresses up as the Andrig. He becomes the white Andrig during an entire night and the others hunt him. If he escapes them, the game will be abundant. And the gathering fruitful during the entire year. It is a very important celebration. Mm-hmm. Please now. I wish her no harm. I just need to speak with her. You speak well and say pretty things, but it is by your doings that you will be judged. Then in that case, tell me what I can do. Hmm. There is much to be done in this season. And Padir, the great gatherer has not returned from the woods. Very well. Would you like me to go and get him? That would be good. Gut, machen wir das. Sollen wir den Typen da. Und nehmen da direkt diese Aufgabe auch noch mit an. Und nehmen da direkt diese Aufgabe auch noch mit an. Herr Voglandeig might know, but I think he will tell you nothing. You are in one of the most sacred villages of our lands. The Rhaenykse are not welcome here. And we are busy making ready for the great hunt. Maybe I could help you with something. Help us? Hmm. Why not after all? It would speak well of your intentions. During the great hunt, we placed bells on the pad to keep the animals away. During the last hunt, there was a great storm. And the bells were badly damaged. Would you like me to repair them? That would be good. If not, we need to make new ones. And I am afraid we will not have the time. Wir hatten ja auch nicht nur ein Jahr Zeit dafür, ne? So, schön. Äh. Oh, oh, oh. Gut. Dann gehen wir mal in den Wald und suchen mal hier so ein paar Sachen. Oh, 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 oh Mal rüber! Wo ist denn das denn, Spielen? Ich komm hier doch gar nicht hoch. Was ist denn das für ein Kack? Ich bin ja erst mal hier mit dem Typen hier fertig. Die Strecke der großen Jagd. So. So, die haben wir. Kommt gleich das erste Windspiel. Bin ja mal drauf gespannt. So sieht das mit dem Spiel aus, okay. Jetzt fallen sie mir auf, okay. Okay, gut. Dankeschön. Kurt, er macht sich gerade hier nützlich. So, nächste. Windspiel ist hier. Hä? Hä? Habe ich das wirklich nicht gesehen? Ach nee, das ist der Typ. Ah, okay. Dann machen wir erstmal die Windspiele fertig. Wir müssen stehen bleiben und die reparieren. Oh, jetzt kann ich wieder zurücklaufen. Ich hab gedacht, das reicht, wenn ich da einfach nur durchrenne und dann draufklicke und dann fertig, ne? Anscheinend nicht. So, noch zwei Stück. So. Den Typen müssen wir bestimmt wieder zurückführen. Ich spiele mal ganz schön davon aus. Ich kann auf jeden Fall ein Windspiel schon hören. Schon ein Tag und ich laufe hier immer noch rum. So. Oh. Und das letzte. Oh. Gut. Gut haben wir auch. So, jetzt müssen wir den Typen da irgendwie kriegen. Aber wie? Ist jetzt die Frage. Wie kommen wir über diesen Fluss rüber? So. Hier war ja die... Gut, hier ist ja an sich die Strecke. Sondern wir müssen den Typen... So. Den Typen kriegen. Ähm. Dafür gehen wir jetzt erstmal wieder hier hoch. Gucken einmal. Die sitzt ja da auf der anderen Seite. Da hinten ist ne Brücke. Ah. Ja. Ich komm hier auch sonst doch da unten. Ich weiß nicht, ob ich über die Steine drüber laufen kann. Wenn das geht, dann wäre das natürlich optim. Aber aber mein Glück. Nee. Doch. Och Gott sei Dank. Ich bin doch nicht. Ich bin doch nachdenkt. Ja. Ich bin doch nicht nirgendwo. Ich bin doch nicht nur was. Ich bin doch nur was du nicht. In Wahrheit, ich fühle mich. Ich habe nur Angst zu werden. Ich bin der Erde. Was ist denn für dich? Why such despair? My eyes have clouded. I see no more nothing at all. I was once the great gatherer. But by the devils, why have they sent a blind man to gather herbs? No one knows. I said nothing to them. I know my village so well that I do not need to see to wander through it. But I can no longer gather the herbs of the sacred dye. I know they are here in these woods, but I cannot find them. Petty will belehren, for sure, die Kräutekühne zu sammeln. Very well. Can you tell me which plants you need? If you are certain that they are somewhere in this patch of woods, it won't be difficult. But how am I to guide you? The names we give to these plants are not the same as the names you give them. Describe them to me. I think I'll find them. One is a blue flower, the other a green mushroom, and the last ingredient is a blackberry. Very well. Don't go anywhere. I will take care of it. Blaue Blüte, grüner Pils, schwarze Beere. Haben wir jetzt schon alles? Okay, wir haben schon alles. Nee, doch nicht. Bescheuert. Sagen doch, wenn man, dass Petty gefunden wurde. Bescheuert. Sagen doch, wenn man, dass Petty gefunden wurde. Wie doof. Warum sagt der denen das denn nicht einfacher? Ich meine, klar, dass er nicht wie ein Krüppel behandelt werden will. Ist es nachvollziehbar? Ist es logisch? Oh. Wie gesagt, es ist nachvollziehbar und irgendwie auch logisch. Und oh. Achso, den habe ich getötet. Ah, trotzdem. Sie müssen ja die Wahrheit kennen. Macht ja alles andere keinen Sinn. Wow. Äh, hier. Hier können wir erstmal das sagen, dass die Windspüler repariert sind. In Almanawi. Du wärst anders als die anderen. Ich glaube jetzt, dass deine Worte wahr sein werden. Wenn du sagst, dass du keinen Schmerzen an Artirna möchtest. Du musst ihre Voglendeig finden. Ich werde ihm sagen, dass deine Intenten sind hartfält. Du bist wieder hier. Du bist wieder hier. Ich habe Padilla gefunden. Er sollte kurz sein. Was, was ihn so lange dauert. Er ist nicht ein Mensch, um die Biesten zu beurteilen. Lügen und vorschlagen ihm einen Lehrling zuzuweisen oder Padillas Geheimnis verraten. Wir machen das mit dem Lehrling. Das poor Padilla fell asleep under a tree. Age, I suppose. Es scheint, es wäre die richtige Zeit für ihn zu beurteilen. Someone zu helfen ihm auf seine Walken. Well done, Greenblood. As Age gains ground, Pride ist oft all das ein Mensch zu halten. Ich danke, Reneikse. Ihr acts sind so schön wie Ihre Worte. Ihr seid willkommen hier. Und ich hoffe, Sie finden die tierne Hach-Kadachtas. So. Vertrauen habe ich gefunden. Äh, gewonnen meine ich. Vertrauen habe ich gefunden. Was? Wie finde ich jetzt die gute Dame? Ich muss aufhören. Ich denke da hinten. Na gut, ich muss Schluss machen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Uhr.